Hier will ich folgen, wohin du gehst, stets bei dir bleiben, wo du auch stehst. Liebe Geschwister im Herrn Jesu Christum, momentan sind wir in der Bibelstunde, ja, bei 1. Mose am Sonntag nach der Anbetungsstunde. Zu 1. Mose haben wir hier eine kleine Übersicht von Betrachtungen. Von Betrachtungen, da möchte ich noch erwähnen, hier oben sind Bibelstunde MP3, das sind die letzten Bibelstunden, aufgenommen ohne die persönlichen Gebete und die schriftliche Zusammenfassung, die unser Andi Moser macht. Und da sind Links, die sind dann selbsterklärend. Da haben wir den Schöpfungsbericht. Das sieht dann so aus. Der ist von Roger Liebi. Eine schöne Kurzzusammenfassung. Und zwölf Abschnitte im ersten Buch Mose, die sogenannten Toledots, Toleda, die Toledots, Geschlechter, Alter und so weiter. Dann die sieben Bündnisse im Wort. Eine Kurzübersicht. Auch von Roger Liebi. Dann sieben Heilszeitalter. Bücher von CAC aus Charles Andrew Coates. Dann die Numerical Bible. Die habe ich komplett in meine durchschossene Bibel von Hand übertragen. Braucht etwas Zeit für den Download. Aber wer Zeit hat, da kann ich nur empfehlen, ist eine Fundgrube. Das ist eine wunderbare Fundgrube zum Bibelstudium. Dann, was haben wir noch hier? Also, Nebst, Wallfort, Abriss und Gliederung von Robert Lee. Mein erstes Buch, das ich komplett von vorne bis hinten studiert habe. gelesen habe. Eine riesen Fundgrube, gerade für den Anfang, aber auch sonst. Dann Gedanken zu von Benedikt Peters hier. Zu einzelnen Kapiteln von der Bibel. Dann Unger, Daphysynopsis, das Leben Isaacs, Abrahams. Ja, das alles dann, denke ich, ziemlich selbsterklärend. Ich hoffe, ich konnte euch damit dienen und wünsche euch ein wunderbares Bibelstudium. Amen. Zu 1-1-2-4-0-4-4-6-6-7-7-7-8-8-12-6-8-6-7-8-7-8-7-6-7-9-9-8-6-8-6-8-6-7-8-6. Vielen Dank.